Ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich wieder zurück und hole mein Raumschiff, dann geht es ab ins All, verkaufen und dann komme ich glaube ich nochmal kurz hierher, bevor wir in ein weiteres System reisen. Gut, ich brauche ja sowieso noch ein Tierchen, aber vielleicht finden wir das ja auf dem Weg zurück. Ich glaube, das reicht jetzt so langsam mal. Okay, das ist wieder ein Fels. Okay, das reicht. Ab zum Schiffchen. Sechs Minuten dauert es. Oder so. Nicht die ganze Zeit so rumdüßt, natürlich nicht. Oh, acht Minuten sogar. Oh. So geht es auf jeden Fall schneller. Oh je. Unterwegs natürlich noch Ausschau halten nach neuen Viecherleinen. Aber ich sehe da kein einziges Grad. Doch. Hm. So. Das war auch knapp. Hm. Ich gehe schon hin, ich gehe schon in die Höhle. Hey. Hey. Ich glaube, die Richtung ist nicht so gut, oder? Da geht es ja gleich wieder raus. Boah, da gibt es aber viele Richtungen, wo man gehen kann. Da ist der Gasse. Hm, da geht es nicht weiter. Da war nicht mal eine dünne Wand. Nicht mal nur eine dünne Wand. Hm, da ist ein Fragezeichen. Wo kommt jetzt Fragezeichen nachher? Oh. Ach. Ist auch nicht mal draußen. Hui. Okay. Okay, da geht es raus. Brauche ich vielleicht noch so Zweck. Scheint so. Drüben. Das Gerügel kann natürlich auch davon kommen, dass die ganze Zeit Welt aufgebaut wird. Wer weiß. Blusi-Kreuzung entdeckt. Unentdeckt. Unentdeckt. Gibt es ein Dings da wieder? Aber ich darf hier auch kein Dings da rufen. Ach ja. War ja klar, war ja klar. War ja klar, war ja klar. Hm, was werfen wir denn weg? Gold. Wo habe ich das Gold her? Das habe ich ja schon ewig lang da im Inventar, glaube ich. Oh, der ist ein bisschen wert. Gehen wir mal hin. Beauty-Kreuzung. Wollen wir noch mal einen Inventarplatz. Habe ich gewarscht, gell, dafür? Oh ja. Könnte reichen. 240.000. Alter, 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 alter. Okay. Ich könnte mal wieder gucken, ob es da Viecher gibt. Nein, das war kein Vieh. Drüben gibt es Viecher. Da oben habe ich schon eins. Leider, leider, leider. Drüben gibt es wieder Fragezeichen. Jetzt komme ich langsam wieder in das Gebiet, wo bevölkter Gott wurde irgendwann mal. Warum gibt es so ein Ding da? Ach, da gucke ich jetzt einfach mal hoch. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Ding ja schon habe, was daraus kommen könnte. Eventuell. Mal gucken. Natürlich bekannt. Das kann ich nicht öffnen. Oh ja. Oh je, oh je, oh je, oh je. Fragezeichen ist da vorne. Aber da sieht man wenigstens mal nicht gleich überall hin. In dem Gebiet. War ich da schon? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich so nicht. Wenn ich's darf. Ja, das darf ich noch. So, Glück gehabt. So, wo war das Ding jetzt? Da, nö. Aber egal. Bereits bekannt. Nichts gefunden. Nichts drin gewesen in dem einen Ding. Faszinierend gelernt. Gibt's da noch mehr? Da. Ach, das war das, was ich gesehen hab. Atlas gelernt. Wo war jetzt das Fragezeichen? Da drüben. Mhm. Wieder zurück. Tatei Forst. Unentdeckt. Ui. Ist ja schon da. Boah, wieso ruckelt das hier so extrem? Ich hab überhaupt nichts geändert in den Scheiß-Einstellungen. Stimmt wegen dem scheiß-eisigen kalten Wetter. Izzunit. Izzunit. Ist das ein Herz? Nö. Wo ist denn mein Schiffchen da? Oh, shit. Wie soll ich das Ding so lärme Arsch rückauf? Muss ich wieder hier? Natürlich. Nö. Das da. So. So. Nee. Da wurde ich hochkatapultiert. Ich glaub, die Bäume sind schuld, dass hier ein bisschen scheiße läuft. Das Spiel. Ist ja wie ein Ark. Da hab ich auf Ultra auch keine gescheiten Frames. Grün. Auf den Berg mal hochgucken. Was gibt's da? Vögel mal wieder. Nee. Da ist nämlich wieder eine Killerpflanze. Dich kennen wir schon. Jetzt wieder solches Zeug. Aber erst du ja guck ich da hoch. Da ist auf jeden Fall irgendwas oben. Da ist wieder ein Fragezeichen. Hm. Ich glaub, ich geh erst mal kurz zu den Dingern. Station gelernt und wo war das andere Ding? War das weiter oben? Äh. Keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Da ist's. Okay. ich hatte da steht ein Mammut das wäre zu cool gewesen, glaube ich OXIDE hab ich schon alles, scheiße hab ich schon alles, hab ich schon alles hm geh jetzt da rüber und dann da hoch oder erst da hoch das Ding ist nämlich ein bisschen weiter unten hm, weiß nicht ich geh auch schon mal da hoch hm so was seid ihr Viecher? grün, grün, grün grün, grün hm nicht wirklich viel Geschwindigkeit grün oh hm hm ist da ne Höhle? sieht so aus oder wo sind die Viecher? oh oh da vorne oh oh das große Sting oh 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 grün grün, 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 grün grün alles grün, okay jetzt ist wieder ein Wächter hä, wo ist das Ding gerade hin? ich wurde es verschwunden es ist noch da das gleiche auf jeden Fall hey du soll man das füttern? nö alter, alter, alter da oben ist noch irgendwas oder auch nicht so, ab zum Fragezeichen bereits bekannt und wie immer wie immer hm 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 oh ok ok hier gibt es wirklich nichts anderes als dem Zeug na gut und abgestürzt scheiß hm hm hier hier in ko ko orientierungspunkt hm oh man segnen hm okay hoch ui 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 oje ui jetzt sind wir oben endlich hm vorne gibt es auf jeden Fall noch was Obwohl, ich habe doch glaube ich nur noch eins gebraucht, dann habe ich ja jetzt theoretisch schon alles. Theoretisch, gucke ich gleich. Erstmal muss ich sich ein bisschen Land gewinnen von der Kälte hier. Ein bisschen eine Höhle finden. Die kennen wir ja schon. Die da auch. Da gibt es noch was. Die Vögel kennen wir glaube ich auch schon. Die erkenne ich schon im Schatten. Ja, naja, jetzt sind da viele. Ach ja. Äh. Erstmal 20.000, 13.000, 13.000. Hm. Krach, krach. Ach hier. Was kann ich wegwerfen? Äh. Da habe ich nichts. Wieso kann ich da kein Eis da reinmachen? Zink, Titan oder Schildsplitter? Hm. Zink, Titan oder Schildsplitter? Na ja. Emoryl könnte ich wegwerfen, 16 Stück. Ja, gut. Ein Schildsplitter. Perfekt. Gut. Muss ich doch nicht abkratzen. Hier ist das Glücksklee. Sieht so aus. Naja. Äh. Okay. Rüber. Irgendwie. Da kenne ich alles schon wieder. Da ist mein Schiff. Da ist mein Schiff.